Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront 2, diesmal jetzt auch wieder beim Imperium im Todesstern, so wie es sich natürlich gehört, war da nämlich ein Techniker, weil es der Todesstern ist. So mein Freund, ich spiel zwar hier lieber bei den Rebellen, weil man dann einfacher rauskommen kann, wenn man die Teile hier eingenommen hat, die Hangars, aber hey. Man organisiert sich. Oh Gott, ich kann gerade voll nicht ausweichen. Oder es sind einfach nur so viele Gegner da. Ich will... Hallo? Hallo? Ja, das ist natürlich ganz toll, wenn ich nur mal dreimal versuche, so ein Healthpack rauszuhauen. Dreimal. Das funktioniert. Ah, jetzt funktioniert es auch. Schön. In anderen Worten, ich treue dich einfach mal, dass du sterben kannst. Nice one. Egal, jetzt müssen wir das Ding eigentlich einnehmen können. Ich habe noch eins. Keiner? Ah Gott, den Dreier. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. So, weil ich es kann. Ja komm, ich spiele wieder direkt mal als Imperator und steigen wieder in der 2 ein, weil der Imperator einen extrem, extrem starken Sprungangriff hat, wenn man den trifft. Jaaah! Jaaah! Obwohl, der kann nicht so eine tiefe Stimme. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. So. Ping! Kostet aber auch ein bisschen Ausdauer. Jetzt bräuchten wir noch einen Damage-Upgrade. Aber das war mein Verbündeter. Ich denke die ganze Zeit immer, dass es Chewbacca ist. Jaa, ich muss auf jeden Fall erstmal den KP einnehmen. Doch, wir haben den Fünfer noch eingenommen. Naja, weil die Zeit zu kurz war. Ach ja, ja, ich bin gerade beim überlegen, warte, Server ist ja nicht, also kann man da nicht lang laufen. Und also rüberspringen, das geht nur mit dem Scharfschützen. Ja, gerade eben, das war der letzte Hauch. Wisst ihr was, ich habe keine Lust dazu. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Dann räumen wir von hinten auf. Weil der Scharfschütze ja weiterspringen kann als alle anderen. Kann man hier zwar ein bisschen abkürzen, aber es bringt einem nicht wirklich viel. Oh Gott, sie stehen ja vor unseren Toren. Wenn wir denn welche hätten. Shit, zu hoch. Ich habe wieder eins. Fällt sich gerade an einem Botaner an. Hm. Wieso nehmen die die einfach instant ein? Fuck you. Ach, komm, noch eine Runde als Imperator. So, Rinnende zwei. Und Russ gerannt. Oh, ganz kurzer Legspike. Oh, das ist mein eigener. Nein. 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 Hey. Und ich war nicht am übersteuern. Das war ein Talent. Das kriege ich aber auch nur ich hin. So dumm zu sein, wenn man es raus... Jo. Hälfte zu gar nicht. So. Jetzt sind wir wieder sneaky as shit. Tchuuu. Pfff. Jo, Hauptsache er hat mich hinter der Ecke getroffen. Wow, der war knapp. Nein. Ich musste nachladen. Immer diese Penner, die das ausnutzen, wenn man nachladen muss. Hier. Ich bring extra meinen eigenen um. Die habe ich nun in Rechnung offen. Und die ist jetzt beglichen. Ach, die du hier mein Damage-Upgrade nicht mehr aufgenommen hast. Egal. Ja, ich habe ja viele mitgenommen. Einen. So, dann müssen wir da mal aufräumen. Das geht hier übrigens mit dem Techniker extrem gut. Was ist zum... Wieso zieht ihr uns so viel ab und kann so schnell schießen? Oder bin ich einfach nur zu dumm dazu? Geht rauf, Wookie. So, komm. Imperator-Style. Wow, wow. Imperator-Style. So, aufräumen. Nein, 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 nein. Wow, wow. Imperator-Style. Wie jetzt? Ich habe euch einen Kip hier abnehmen lassen. Was hat ihr den für Graupen? Ein Kommandoposten für das Imperium. Danke. Jetzt kam der... Ja, das ist tatsächlich der Schmuggler. Warum ist das der Schmuggler? So. Egal, Ash-Ulrand, den erledigt immer, bevor ich sterbe. So, dann haben wir hier den Techniker. Der ist hier einfach vorteilhafter. Sobald wir viel mit dem Imperator-Style machen können, dann machen wir das auch. Ich habe ihn gerade eben nicht getroffen und jetzt bringe ich ihn fast um. Habt ihr das gesehen? So, der letzte Tick natürlich auch. Volle Munition. Hallo. Bechis. Kommt doch her. Du Penner, wieso kann der das so genau machen? Ich brauche mal einen Augenblick. Einen tödlichen Augenblick. Jace Sulvara. Übrigens ist wieder mit 1.0 und 1 auf 1.3 gepatcht. Und nicht mehr... Scheiße! Ihr kriegt niemals den Kill. Also, eigentlich schon, aber... Nicht, wenn ich es selbst entscheiden kann. Ich habe noch eins. Imperator-Style. Oh Gott, ich kann das gar nicht mehr. Imperator-Style. Wie, du hast es überlebt. Und den auch. Imperator-Style. Wow. Wow. Aua. Das waren dann doch ein paar viele Techniker. Naja. Nichts kann das Imperium aufhalten. Das würde ich auch so sagen. Oh, 390 zu 72. Ich glaube, der Sieg ist eindeutig. Mal schauen, ob wir die Folgen noch vor dem Ablauf der 15 Minuten kriegen. BING! BING! Ha! Ausgewichen. Rolle-FTW. Ha! Ich wusste doch, dass da einer ist. Wartet, wenn ich da gleich wiederkomme. Haha. Schade, dass ich keinen mehr erwischt habe. Ausgewichen. Wie, Sieg? Haben die keine Leute mehr gehabt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, ich hoffe mal nicht. Doch, die haben keine Leute mehr. Ja, schon wieder eine etwas kürzere Folge. Elfeinhalb Minuten. Oh, egal. Und ich habe schon wieder das mit dem Abo zocken vergessen. Egal, mache ich nächste Folge. Was gonna so first ist ja zu marble sind. Hope die Mischrechte eben. Hope die Mischrechte видet her. Jchar, die